Das Biberacher Schützenfest. Alles scheint ruhig und normal. Aber was ist das? Was macht der Jürgen Ortlieb denn da mit der dreckigen Mutter? Da entführt der Schlawine doch einfach das absolute Heiligtum des Biberacher Schützenfests. Aber diese Schandtat darf nicht ungesünd bleiben. Und so folgt die Strafe auf dem Fuß. Mein Sonntagsbad habe ich dann auch auf Dienstag vorgezogen. Es war wie immer eine Freude. Und auch der gute Ortlieb muss dran glauben. Die Frage ist, wie kriegt man die dreckige Mutter jetzt frei? Indem man spendet. Und zwar für einen guten Zweck. Und somit nimmt auch diese Geschichte ein gutes Ende. Das Biberacher Schützenfests. Das Biberacher Schützenfests.